Wir haben uns überlegt, Schlittschuh fahren. Wir fahren beide gerne Schlittschuh, nicht ganz so gut, können gerne noch was lernen, aber haben wir uns das überlegt, wir bieten das an für die Zellschule im Libanon. Also, wer ist derjenige, der meistbietend ist und uns das Schlittschuhfahren beibringen möchte? In München wollen wir das machen, in einer Schlittschuhbahn. Also, wer bietet hier mit? Wer ist der meistbietende? Yalla! Vergesst nicht, das geht alles in Libanon in die Zellschule.